Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2020 zeige ich Ihnen die beiden Simulationswiedergabemöglichkeiten. Zum einen der Performance-Modus und zum anderen der Bearbeitungszeit-Modus und deren Anwendungsmöglichkeiten. Schauen wir uns an diesem CAM-Projekt zunächst den Performance-Modus an. Mit der rechten Maustaste starte ich den SolidCAM Simulator. Das bekannte Bearbeitungsfenster öffnet sich. Mit einem Doppelklick springe ich an die dritte Operation. Mit Wiedergabeoptionen haben Sie hier die Möglichkeit, von der standardmäßigen Performance-Modus auf den Bearbeitungsmodus umzustellen. In diesem Falle möchte ich jetzt aber mit dem Performance-Modus beginnen. Ich starte nun an diesem 3D-Bauteil den Performance-Modus, indem ich das Ganze mit Wiedergabe starte. Der Performance-Leistungsmodus spielt die Simulation mit inkrementeller Geschwindigkeit ab, basierend auf dem Schieberegler. Wenn ich den Schieberegler nach vorne schiebe, erhöht sich die Geschwindigkeit der Simulation. Die blauen Segmente des Schiebereglers stellen die Berechnung der Werkzeug-Engine mit einem einzigen Kern dar. Die roten Segmente des Schiebereglers stellen Berechnungen mit Multicore-Unterstützung dar, die eine erhöhte Leistung mit bis zu 30% oder einer 5x höheren Geschwindigkeit darstellt. Der Performance-Modus ist eine gute Wahl für die Simulation von 3D- und 5-Achs-Werkzeugbahnen, bei denen die Wiedergabe aufgrund langer Berechnungszeiten sehr lang sein kann. Als nächstes werden wir uns den SolidCAM Simulator Bearbeitungsmodus anschauen. Hierfür öffne ich in einem anderen CAM-Projekt wiederum den SolidCAM Simulator Beta und stelle das Ganze auf Bearbeitungszeit-Modus um. Der Modus Bearbeitungszeit spielt die Simulation entsprechend der tatsächlich auf der Maschine verbrachten Zeit ab. Die Mitte des gelben Bereiches der Segmente simuliert eine Echtzeitbearbeitung, die der einfachen Geschwindigkeit entspricht. Mit dem Schieberegler können Sie die Geschwindigkeit im Verhältnis zur tatsächlichen Bearbeitungszeit verringern oder erhöhen. Zusätzlich zu den vordefinierten 0,1 bis 64-facher Geschwindigkeit können Sie über das Bearbeitungsfeld Wiedergabegeschwindigkeit eine eigene bevorzugte Geschwindigkeit eingeben. Wenn ich das Ganze zum Beispiel hier auf 250 stelle, wird das Ganze in 250-facher Geschwindigkeit simuliert. Der Bearbeitungszeit-Modus ermöglicht Ihnen ebenfalls, die Allgang-Berücksichtigung auf andere Werte einzustellen. Standardmäßig ist das Ganze auf 100%, also auf der tatsächlichen Geschwindigkeit eingestellt. Wenn ich nun die Simulation starte, sehen wir, dass der Allgang in der ganz normalen Geschwindigkeit des Allgangs auch dargestellt wird. Wenn ich das Ganze nun an dieser Position einmal pausiere und die Allgang-Berücksichtigung in diesem Falle mal nur auf 1% stelle, sehen wir, dass auch der Allgang nun in einer geringeren Geschwindigkeit abgespielt wird. Zum Schluss werde ich den Bearbeitungszeit-Modus an einer Drehbearbeitung simulieren. Hierfür habe ich ein weiteres Projekt geöffnet und starte einmal den Simulator. Ich schalte einmal das separate Fenster aus und wir bekommen das komplette Fenster in SOLIDWORKS integriert. Schauen wir uns das Ganze von der Seite an und stellen wir die Simulation erst mal auf die einfache Geschwindigkeit. Sehen wir, dass zunächst plan gedreht wird. Ich stelle das Ganze etwas höher, auf 1,5, auf 4-fache Geschwindigkeit. Und wir sehen auch hier, wie mit diesem Modus diese Drehbearbeitung simuliert werden kann. Für weitere Informationen und SOLIDCAM-Professor-Beiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SOLIDCAM Deutschland. sie sie Vielen Dank.